Guten Morgen von mir aus Fürstenau, guten Morgen aus der Region Hamburg, um genau zu sein. Das ist mal wieder der Vorhof der Kapelle des Neuen Friedhofs und natürlich auch irgendwie der Verrückte mit dem Quadrocopter. Mal wieder nichts anderes als Blödsinn im Sinn und deswegen viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Peace out. Und tschüss.